Hallo Leute! Hallo Leute! Möglicherweise gibt es jetzt einmal bis einschließlich 8. Februar von mir keine Videos. Der Grund ist ganz einfach. Das nächste Wochenende beginnen die Semesterferien und da bin ich unterwegs mit der Familie. Da bin ich mit der Familie unterwegs. Das Wochenende und da werde ich wahrscheinlich keine Livestreams machen. Also nicht trau ich sein. Es könnte sein, dass jetzt in den nächsten eineinhalb Wochen keine Videos kommen. Möglicherweise, dass ich vielleicht zwischendurch einen Livestream mache. Aber wie gesagt, ich habe ja angekündigt, ich mache ja definitiv keine Let's Plays mehr. Nur mehr Vlogs möglicherweise kommt etwas, ein paar News, aber das weiß ich auch noch nicht. Aber sollte jetzt einmal in den nächsten eineinhalb Wochen keine Livestreams machen, ist das eine kleine Pause für mich. Wie gesagt, nächste Woche ist Semesterferien beginnt. Da habe ich meinen Sohn bei mir. Und ja, da werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen. Da habe ich andere Sachen zu tun. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich erst wieder so am 8. Februar herum dann wieder erst Livestreamen kann. Weil da bin ich dann wieder alleine. Ich habe ja wie gesagt, in den nächsten eineinhalb Wochen, kannst du sagen, alle Familienmitglieder bei mir daheim. Und da werde ich nicht sehr viel dazukommen. Also nicht traurig sein, ich habe ja genug Videos und andere Videos auch zum Anschauen bei fast 3.000 Videos. Bei fast 2.500 Videos werden Sie ja da irgendwas finden. Das, was ihr zum Anschauen habt von mir. Aber das ist jetzt einmal eine Ankündigung von mir, dass ich vielleicht, wie gesagt, in den nächsten eineinhalb Wochen wahrscheinlich werden Sie da weniger wieder sehen. Aber bitte nicht traurig sein. Ich werde sicher wieder einen Livestream machen. Wie gesagt, ab den 8. Februar kann es sein, dass dann wieder jeden Tag ein Livestream kommt. Und wie gesagt, da werden wir schauen. Vielleicht holen Sie da bis dahin schon Resident Evil. 7 ist ja auch eine finanzielle Frage. Und da werden wir dann Resident Evil vielleicht 7 spielen. Und da werden wir schauen. Okay, wie gesagt, eine Ankündigung. Wahrscheinlich bis 8. Februar keine Videos. Gut. Danke. Schöne Zeit noch. Und wie gesagt, es gibt auch ein Leben außerhalb von YouTube. Weil YouTube ist ein Hobby von mir. Das habe ich eh schon öfters gesagt. Es ist für mich nicht wichtig. Das YouTube. Also schon, ich meine es in dem Sinn als Hobby. Aber es gibt auch ein Leben außerhalb von YouTube. Das muss jeder verstehen. Und ich glaube, ich habe, wie gesagt, eh schon oftmals gesagt. Ich habe bei YouTube angefangen als Hobby. Aber nicht als Job. Also sicher, wenn ich als Job mache, würde ich dann... Ja, also... Aber dann würde es Tag und Nacht Videos geben. Bei mir. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr Job. Das ist nicht mehr Leben. Und dadurch, glaube ich, wird es jeder einsehen. Einmal. Einmal Wochen. Wenn ich mal keine Videos tummeln. Oder keine Videos drehe. Oder... Ja. Okay. Wie gesagt, ab 8. Februar rennt dann der Betrieb eh wieder normal. Aber jetzt ist es einmal bis 8. Februar, wie gesagt, Family Time. Family Time angesagt. Gut. Dann ist eh wieder YouTube Time. YouTube Time. Ja. Gut. Tschau dir doch. Schöne Zeit doch. Bis dahin. Tschau. Tschüssi.